Aber gut, ich beende die Runde erstmal. Ja gut, das macht nichts. Das war ja schon kaputt. Vielleicht muss ich doch Eisas Lothring mal erobern, weil das geht ja echt gar nicht. Diese ständigen Angriffe. Wir brauchen das Geld aus den Gebäuden einfach. Der Rheinbund hat auch noch gar nichts. Ach, Rheinbund, sag ich schon, den gibt es ja noch gar nicht. Das Rheinland meine ich natürlich, Westfalen. Mit denen sind wir offiziell verbündet, aber danke für gar nichts, ne? Hä? Friedensvertrag? Ihr wollt Frieden mit mir? Pass mal auf, Gegenangebot. Ihr kriegt nicht Curaçao. Und ich biete euch Physiokratie, Utilitarismus und Spontbayonett für verwässerte Granaten, Kartetschenladung und Quadratformation. Nein. Wie schade. Oh, nee. Weg da. Ach, ich hätte gewusst, dass die Schweden kommen. Ach. Scheiße. Zwei Fleuten gegen Admiralsflaggschiff 5. Klasse. Warte mal, es hat aber weniger Lebenspunkte als wir. Weißt du was? Das schaffen wir. Wir gehen in die Schlacht. Das schaffen wir. So, Seeschlacht gegen die Schweden. Bei den ostindischen Inseln. Das ist, glaube ich, ein krasser Fall von extremen Unterschied bei der Autoberechnung im Vergleich zur normalen Schlacht. Denn ich glaube, ich habe zwei riesige Fleuten, die hervorragende Werte haben und überhaupt nicht angekratzt sind. Doch, die einen hat einen leichten Schaden, aber es macht überhaupt nichts. Genau. Wie erwartet, die Schweden positionieren sich da hinten. Also hier müssen wir, glaube ich, nicht fürchten, dass wir die Schlaft so unglaublich füllen können. Ich spule erstmal vor, weil sonst dauert das ewig, bis die uns erreichen. Ja, also wie auch nur ich. Also hier müssen wir sehen, ob die lahme Schweden uns Anker werfen. Wow. Ich möchte die gerne zusammengefasst führen. Ja, das hat mir als Flak schon angekratzt hier dann die. Die Fregatte ist überhaupt nichts mehr von übrig, nur die 15 Kanonen und dann die Schaluppe da. Das ist ja auch nur noch 8 von 18. So, jetzt normale Geschwindigkeit. Welche Regeln? Möchte wir uns jetzt segeln? Mal gucken. Ostindienfahrer. Ja, wenn es gut läuft, können wir sogar noch einen Ostindienfahrer kapern. Das wäre lustig. So, wieder normale Geschwindigkeit. Wir sind ein bisschen so weit gefahren, das macht aber nichts. Wir wenden jetzt einfach schnell. Und volle, voll, volldampf, hätte ich fast gesagt. Nein, der brauchen wir noch nicht. So, mal gucken, wer hier die ersten Schüsse macht. Das sind natürlich wir, das ist klar, aber so. Hä? Ach, die. Aber wir müssen näher ran. Wir haben so ein Handelsschiff, Malus, glaube ich. Es scheint so zu sein, dass die Kriegsschiffe mehr Reichweite haben. Ja, jetzt aber. Selbst wenn wir die Schlagdonner verlieren, auf jeden Fall will ich kämpfen hier. Der eigentlich, der einzige ernstenehmende Gegner, das hat dieses Admiralschlagschiff, fünfter Klasse. ich mein, die Ostindienfahrer, wir haben ja schon mal gesehen, wie, ähm, hust, hust, schlagkräftig Ostindienfahrer sein können. in dieser einbesteuerten Schlacht, wo ich das einfach mal ausprobiert habe. Nein, 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 nicht schießen. Nicht auf die wertlosen Schiffe da hinten, sondern auf sein Admiralschlagschiff. So, das ist perfekt. Und da ist er auch schon extrem angequatzt. Wir schießen schon rüber, aber die auch zu uns mit Gewehren. Die, äh, ganz normales Gewehrfeuer geht immer auf die Besatzung. Ja, 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 bla, bla, bla. Es geht mal ein weiter neben. Wir haben unsere Buggeschütze, die schon mal so auf seine Schalupe schießen. Ja, jetzt kriegt er eine Breitseite aus seiner nächsten Nähe. Das hat er auch nicht besser verdient. Und das Ding kriegt auch schon mal einen ab. Ja, die haben auch schon ja drei Kanonen verloren. Ich versuche eigentlich jeden Fall eigentlich mit beiden. Nö. Dann noch das ist jetzt so, wir bremsen das Fisch ab. Und den lassen wir hier so einschwenken. Ja, jetzt müssen wir alle abbremsen hier. alle wenden. Die stehen alle hier. jetzt fahren wir wieder. So, der kann sich lösen. Der muss jetzt auch wenden. So, wenden, 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 wenden. Und weiter geht's. Eine kleine Atempause. Leider für beide, nicht nur für mich. So. Hey, wir könnten auch mal unser Schiff entern eigentlich. Wir haben ja, besatzungstechnisch sind wir ja den anderen Wald überlegen. Also allen Schiffen. Ja, jetzt von hinten rein ist aber gut. So, schön abbremsen. Den anderen einfach ausmanövrieren. Das hat mir gerade eben schon mal funktioniert. So. Aber jetzt bremst der mit ab. Da geht schon der erste gleich flöten, würde ich sagen. So. Er verliert wenig Kanone, aber viel Rumpf. Also sein Schiff da. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir so viel Kanone verlieren. Hm? Was willst du denn? Was willst du denn? Na? Wer ist frech oder was? So. Jetzt die andere Seite mal. ist immer die selbe Seite. Oh, wir könnten vielleicht beide gleichzeitig erst ihn, dann einwenden. Und jetzt habe ich nämlich die stärkere Seite von ihm, nämlich die linke Seite. Ihr seht, da ist noch mehr rum vorhanden. Auf der Seite von dem Schiff hier. Na komm, dreh dich noch ein bisschen schneller hier. Wenn du Kreis verkürzt. Jetzt aber, jetzt kommt wieder auf das Schiff. Schieben wir die Schalupe ein. Wollt ja eigentlich,